Hallöchen ihr Lieben zu einem kleinen Infovideo. Ich wollte euch gerne einladen zu einem Stream. Morgen am Samstag, dem 1. Februar, ab ca. 21 Uhr würde ich gerne mit euch eine Runde spielen. Wir bekommen Besuch, deswegen sage ich so ca. 21 Uhr, aber das müsste schon klappen eigentlich. Und ja, im Grunde ist es so Open End, aber ihr wisst ja, ich halte immer nicht so mega lange durch, deswegen wahrscheinlich so zwei Stunden und wir spielen Cook Surf Delicious 3. Da habe ich richtig Bock drauf, das ist jetzt im Early Access auf Steam erhältlich und da schauen wir einfach mal rein. Ich glaube, da kann man ganz gut Spaß mit haben. Ansonsten bereite ich aber noch so vielleicht ein, zwei kleinere Spielchen noch vor, falls wir doch nicht so begeistert sind, dass man da nochmal reinschauen kann. Ja, es wird ganz entspannt werden und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Wie immer auf Twitch, unten in der Beschreibung ist der Link. Und ja, also wenn ihr Zeit habt, freue ich mich, dann sehen wir uns morgen Abend ab ca. 21 Uhr im Stream. Also bis dann, ciao, ciao.